gegen die solch und herzlich willkommen zurück zum solzenden lagerhaus und dead by day kann ich gut ich gar nicht ich habe ja gar keinen ich habe eine erste hilfe kasten so werden wir eigentlich so gen so ewig weit das können auch nie im leben die nächsten drei sein oder ich krieg den vogel hier habe ihn schon gesehen wo ist es gibt es doch nicht ich höre ihn wieso ist der hier heute sind die heute gleich so schnell bei mir alter was soll denn das ich sehe halt heute gar nichts die ist jetzt bei der kleinen hütte im wald ja genau ich war fast weg von der jetzt echt damit gerechnet dass die zu mir kommt welchen skillcheck hat wohl keinen bock gehabt ihr seid jetzt zu zweit da hinten und ihr seid sogar zu dritt wer ist die dampfung einer von euch ist nicht gesund alter fab und das für sound ich hatte den brunnen benutzt irgendwo ist hier so ein toter aber so die läuft wieder da ich wollte erst beschreiben wo sie hinläuft aber dann dann hat sie doch anders koordiniert bis abgewendet von irgendwo hingegangen das sind bäume in diesem wald irgendwo ist hier ein totem aber auf jeden fall ist sie in die richtung gelaufen wo einer gerade weg gelaufen ist ich habe herzschlag sie hat mich angekotzt ich werde sie auch schon wieder verschwinde ich werde sie auch schon wieder verschwinde verschwinde so ich musste einmal kurz pflegen konnte ich jetzt auch nicht viel reden du muss jetzt erstmal hier so ein waschbecken finden schreckt der dir das nicht an ich helfe dir mal beim gen die punkte nehme ich mit da hinten das waschbecken kann ich nicht nehmen halbe wanderschaft wer will sich immer so ein waschbecken gefunden hast wo sauberes wasser rauskommt die nomine patris espiritu santi bei der macht von jesus jetzt kannst du das auch nicht mehr nehmen ist das gut ich habe waschbecken kontaminiert habe sie jetzt auch wieder aus den augen verloren ich sehe sie sie ist so mittig von der map also ich habe ihr miet gesehen ich bin mir nicht sicher ob sie da irgendwen jagt hier eine kräuter hexe die bleibt da ganz konstant jetzt sehe ich sie nicht mehr hi na na aber ich höre sie doch ja ich höre sie auch ich sehe sie ja sie hat es nicht gerafft sie macht die tür kaputt sie ist jetzt nicht gerafft dass ich den skillcheck verpackt habe weil ich auf sie konzentriert war sie ist einfach ins haus gegangen vielleicht brauchst du die neue suppe der morgen ist leer zack noch ein generator und da waren es noch zwei in ihrer richtung oder da ganz hinten ich gehe mal nach ganz hinten warum mache ich das weil ich clever bin hier so schön in der ecke wo ich gut gucken und weglaufen kann hier sehen wir nicht besonders viel keine ahnung kommt zu mir hier ist solchen freies gebiet sieht so aus als würde ich den letzten gen machen ich hatte einmal ganz kurz so zwei herzschläge und dann war wieder vorbei ich sehe halt auch echt nicht viel ich kann bei mir ja ich weiß auch nicht wo du bist wo ist denn dieser scheiß denn hoppala ist sie immer noch bei dir ach da was zum werkzeugkasten dann brauchst du dich um die gen nicht mehr kümmern mache ich auch nicht scheiße hast du eine auf den sack gekriegt ja ich wollte ihr den totem kaputt machen die alte ich mache das totem kaputt und kriege auf den sack nochmal sie hebt dich auf wo geht sie mit dir hin weiß sie auch noch nicht oh du hast dich freigewiggelt aber ich bin so verletzt dass ich voll langsam bin wo ist denn hier eine tür jetzt bin ich angekotzt weil ich dir helfen wollte und der du sie geblendet hat wo bist du denn ich bin in der tür ja ich bin unterwegs hier ist nicht meine palette der andere kommt auch wir brauchen nur noch dich ja aber ich habe hier keine palette wo bist du ganz weit weg oh schaffi wir sind alle hier ja sie ist weg er macht sogar lichtzeichen ey für dich ja ich komme ich liege nein dafür weiß ich jetzt wo ihr seid ja die kommen dir helfen ja ich wollte mich eigentlich noch waschen bevor die aber oh die steht noch hier jetzt geht sie nee sie steht hier einen will sie mitnehmen das heißt du hängst ja und sie bewacht mich sie will mich unbedingt mit die kommt hierher wo ist denn die tür hier hinten ist soweit soweit ja kommst du ja da war das knapp wo ist der andere oder hat sich jetzt für dich geopfert oder was quatsch der ist doch schon nee der ist noch drin wer hat der ist extra zu dir gelaufen warte ich guck mal nee er spielt an der tür mit ihr nein krieg alter krieg ja er hat es geschafft er hat es geschafft alles cool oh gott der arme das hätte mir so leid getan das wäre echt kacke gewesen er ist nämlich extra wieder rein das hätte mir auch richtig leid getan wenn der jetzt verkackt hätte deswegen ich habe gedacht der ist schon draußen nee der ist noch mal zurückgelaufen die war ja auch direkt hinter uns also wir hätten jetzt auch nicht mehr umdrehen können ist ja alles gut gegangen eiskalt geschafft runde geholt hat spaß gemacht eiskalt ja jetzt wieder gelegen an mir hat es gelegen ja manchmal fragt man sich woran hat es gelegen ja sagst du dich immer woran hat es gelegen hast du vor woran hat es gelegen woran das gelegen so ich hoffe die runde hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst gerne mal ein like da wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut ciao 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 ciao